Raumschiffbau abgeschlossen. Mehr Crew wird benötigt. Raumschiffbau abgeschlossen. Mehr Crew wird benötigt. Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiffbau abgeschlossen. Mehr Crew wird benötigt. Fortfahren mit Schiffbau. Raumschiffbau abgeschlossen. Zu Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir benötigen Reparaturen. Rücken aus. Griffon meldet sich zur Stelle. Fahren Sie fort, Centurion. Zweifellos. Ich diene dem Imperium. Wir haben den Feind angegriffen. Griffon meldet sich zur Stelle. Griffon meldet sich zur Stelle. Ziel erfassen und dann feuern. Wir benötigen Soldaten. Wird gemacht. Mein Leben führt aus Reich. Wird gemacht. Fortfahren mit Schiffbau. Ziel wird zerstört. Greifend. 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 Griffon meldet sich zur Stelle. Fahren Sie fort, Centurion. Romulaner finden immer einen Weg. Wir haben den Feind angegriffen. Zu Befehl. Raumschiffbau abgeschlossen. Rickon meldet sich zur Stelle. Ja. Greifenziel an. Griffon meldet sich zur Stelle. Bereit. Ich diene dem Imperium. Zu Befehl. Griffon meldet sich zur Stelle. Raumschiffbau abgeschlossen. Wird gemacht. Ja. Wir haben den Feind angegriffen. Neue Forschung wurde begonnen. Sie haben Oldern auf das Konvoischiff verlegt. Wir müssen ihn da rausholen, bevor Sie den Sektor verlassen. Kurs wird eingegeben. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Wir müssen Oldern sofort zu unserer Sternenbasis zurückbringen. Was ist los? Oh, alles klar. Ja. Ich brauche mehr Material. Wohin? Zu Befehl. Wir haben den Feind angegriffen. Zu Befehl. Griffon meldet sich zur Stelle. Wird gemacht. Was ist los? Was ist los? Aber was ist mit meiner Arbeit? Wohin? Wir sind im Schatten. Ich sollte im Labor sein. Wir haben den Feind angegriffen. Zu Befehl. Fahren Sie fort, Centurion. Schwärmen Sie aus. Machen Sie weiter. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Ja. Wohin? Romulaner finden immer einen Weg. Sie stören meine Forschung. Ich sollte im Labor sein. Dr. Oldan hat mich informiert, dass Sie ihm während der Befragung wichtige Informationen entzogen haben. Wir müssen alle anwesenden Klingonen in diesem Sektor zerstören. Zu Befehl. Wird gemacht. Warbird meldet sich zur Stelle. Mein Leben für das Reich. Griffon meldet sich zur Stelle. Ich diene dem Imperium. Zu Befehl. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Wir haben den Feind angegriffen. Zu Befehl. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Ziel erfassen und dann feuern. Griffon meldet sich zur Stelle. Griffon meldet sich zur Stelle. Mein Leben für das Reich. Mein Leben für das Reich. Bromolaner finden immer einen Weg. Torpedos laden. Wir haben die überlegende Feuertracht. Ich habe Dr. Oldan nach Romulus zurückgebracht, damit er seine Arbeit am Projekt Phoenix fortsetzen kann. Sie erhalten für Ihre Mitarbeit in diesem Falle eine Empfehlung. Die Tal Shia haben Ihnen geholfen. Man hat mich informiert, dass es an der Zeit ist, dass Sie diesen Gefallener widern. Sie sollen den Agenten Jalpar sofort im Devron-System treffen. Er wird Ihnen weitere Anweisungen geben. Ich habe einige dringende Aufgaben zu erleben. Wir dulden in diesem Fall keine Diskussionen. Diese Befehle kommen direkt vom Prätor persönlich. Seien Sie aufmerksam, Admiral Zela.